Leute, waren spektakuläre Funde. Zwei Münze. Hier. Den Kreuzer. Und dann hab ich wieder 385. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Schon draußen. Schon draußen. Münze wieder. Scheiße. Wieder Kreuzer. Und Silber. Wie ein Wildschwein ich grabe hier. Das ist das Loch. Jetzt. Da haben wir 1, 2 Meter. Zu 1,5 bis zu den letzten 3. Vorher musste ich den ganzen Bereich übersehen. Das ist so ein bisschen Loch. Noch ein Signal. 94. Kann nicht sein. Immer noch im Loch. Jetzt auf Knie. Hohoho. Das kann nicht sein. Das war ein Teller. Das ist so schlimm. Und wieder Kreuzer. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Wid самого Tänken. Und wieder Kreuzer. Und wieder Kreuzer. Und wieder Kreuzer. Wirklich. Wirklich.